Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Wir sind immer noch hier in Futhabers Palast. Ja, ich glaube wir kommen aber langsam dem Ende nah. Vielleicht ist das hier sogar das letzte. Aber wir sollten natürlich trotzdem aufpassen. Okay, gut. Es gibt einen Grund, warum man hier durch muss. Hab mir ja schon fast gedacht. Oh, das ist ja schon. Ach, das ist gegen Eis sogar. Wohl hatten wir die nicht sogar als Persona, aber ich hätte sie eigentlich einfach... Oh, scheiße. Ich hätte die nicht als Persona, aber haben wir da. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Jedes Mal, was soll denn das? Ja, hier ist was Cooles, ich weiß. Na, Knopf, ja, das ist wahrscheinlich für den Ding. Ja. Also war hinter der Wand eine Geheimfassasche verborgen, um es wohl auch einen Weg dorthin gibt? Cule Frage. Wahrscheinlich will ich mich hier weit. Ne, warte mal kurz. Ach doch, hier kann man dann. Ich bin irgendwo. Ich bin irgendwo. In der Umgelegenheit. Wir haben uns geheimd. Ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja. Ach ja, ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach. Ach. Oh Gott, das ist ein starker. Ich kann es fühlen. Das ist wunderschön. Oh nee, was war das gerade? Ich habe gerade noch was gehört. Oh nee, nicht noch ein Knopf. Okay, komm. Wir müssen irgendwann an diesem Hundi vorbeikommen. Wo ist dieser Knopf? Hä? Du bist von hier lang. Nein. What the fuck? Das müsste man noch sehen. Das ist hier. Das ist die Anubis Statue. Ich frage mich, ob wir das Juwel irgendwo einsetzen können. Das nehmen wir jetzt erstmal mit. Wir können später überlegen, was wir damit machen. Wir haben es, wir haben es, gehen wir. Ich mich erschreckt. Ich sorge extra dafür, dass er Ärger bekommt, indem ich ihn nicht töte. Wir werden da fehlen. Oh. Okay, komm. Du bist dran. Dann komm, ich will jetzt auch mal wieder. Okay. Und das sind natürlich zwei, die absolut nervigsten. Ja, und da geht er sich auch noch daneben. Das ist ja unfassbar. Wieso geht... Alles geht daneben, ist doch unfassbar. Sehr gut. Alles mit dem Plan. Wäre jetzt ein bisschen sauer gewesen, wenn da was daneben gegangen wäre. Nur 30 von Morgana. Das ist super. Der schwere Körper stand bei allen Gegnern niedrige Chance auf wütend. Weil das hier versucht doch niedrige Chance auf wütend. Das ist doch theoretisch hier dasselbe. Okay. Mit noch einem Angriff dazu. Eine stylische Krieg. Das habe ich doch schon mal gesehen. Das sieht genauso aus wie die Löcher vorhin für die Juwelen. Warte, ich hab ein Ju... Ich hab... Wir haben doch ein Juwel. Such mir mal, es einzusetzen. Äh. Deine Lichtfahrt ist wirklich erstaunlich. Es scheint so, als könnten wir drauf laufen. Der wird doch nicht verschwinden, wenn wir gerade drüber gehen, oder? Ich hab echt Angst. Wir sind in Rang. What the fuck? Juni... Was um alles in der Welt? Es hat jetzt nicht grad viel... Nicht sehr wenig TP gekostet. Und das ist aber einer einfach von mir daneben gegangen. Das ist echt... Oh! Oh! Jesus! Das ist echt. Das ist... Das ist ja etwas aus dem Arsch ist. Das ist ja. Das ist ja etwas von Arsch ist. Das ist ja etwas aus dem Arsch ist. All right! Es kann ja nicht sein, dass die jetzt schon hier keine Plätze mehr hat. Ich muss da einfach so einer auf einmal kommen. Oh, warte, ich sollte heilen. Moment, ähm, Morgana kann das wieder machen. Oh, die SP ist halt sehr gering. Vielleicht tauschen wir jetzt sogar mal Kodo gegen... Ahn aus. Ich weiß. Ich hab ein paar Schmerzen von diesem Mann. Watch out, Joker! Ja. Excellent! Es ist ein Schmiedsbücher! Hey, class. Sehr, sehr, sehr Klaus Ich bin nervös wegen, bl 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 bl. Ach Joker. Weißt du was, okay, wenn du so nervös bist, dann gehen wir. Ja, ihr braucht mich ja unbedingt. Ey, das hört sich so brutal an. Wir haben ausgesucht. Ich kann auch gar nicht benutzen. Den auch nicht. Ja, den werde ich ja sowieso nicht benutzen. Excessive Power will only bring about ruin. It is neither remarkable nor unremarkable. Choose which skills to inherit. All right. All right. All right. All right. All right. This should beget a respectable potent power. Be reborn. Gorn. Sie sieht lecker aus, aber ich halte mich zurück. Das sieht so widerlich aus. Oh, das war aber gut, oder? Ja, du schon bei allen Gegnern? Ja, das war gut. Das war gut, das war gut, das war gut. Bei allen Gegnern. Ich rufe mich eh wieder in 40, in einer halben Stunde wieder. So, what's the point? Ich würde auch nur diesen Parast fertig machen, aber ihr ruft mich ständig. Warte mal, das ist sie doch. Ich wäre bescheuert, wenn wir den Scheiß nochmal durchmachen müssen, weil wir unüberblickt zu ihr gehen. Was meinst du, willst du weitergehen? Gut, aber wir sollten vorsichtig sein. Was soll das? Fast gewesen, danke dafür. Was soll das? Willst du uns echt helfen? Entscheid dich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ihr habt es gleich geschafft. Ich schau wieder, du musst dich auch unbedingt reizen, Scar. Anderskampf. Ein aufbrausender Charakter hat uns noch mehr Mühen beschert. Wieso bin ich jetzt schuld? Wer wagt jetzt den Frieden dieses heiligen Ortes zu stören? Das ist das Grab der Pharaonen. Niemand darf ihre Ruhe stören. Wir können nicht mehr weg. Dann müssen wir eben kämpfen. Wir haben schon mal gegen so ein Ding. Oh, ist auch noch ein Ehre. Wind und ich glaube, du warst Eis. Nee, es war... Okay. Da ging was ich schon. Nein, ich will dir die Ratten. Sehr gut. Bei ihm ist halt daneben, aber es hat alle getroffen. Für alle anderen. Das war ein richtig guter Angriff. Mit einem zwei Partner zu. Ja. Ja, verunsichert. Ich meine, du bist eine Maus. Ein Gegner und Sprinknex. Bei einem Gegner. Gesteiger nach Übergabe. Schau... Mit der Rechancen noch wütend. Okay, da ist er wieder. Kussbombe. Zack. Boah. Das hat so wenig Schaden gemacht. Das sah so krass aus. Ah. Okay, er ruft sie ja wieder. Ja, guck, aber guck. Eis war auch gut gegen den. Aber weißt du was, äh, wir lassen das, äh, Makoto darf das übernehmen. Perfekt. Wunderschön. Warte mal, ein niedriger... Mach ich mal das hier einfach, damit wir alle mal ein bisschen schaden. Außer natürlich, ja, war klar. Warum... Ist die jetzt schon wieder aufgestanden, Junge? Das ist ja... Oh, er ist wütend, scheiße. Obwohl, das war ja unser Ziel. Dankeschön. Ich glaube, ich spiele hier doch sicher und heile mal alle. Kannst natürlich sein, dass ihn jetzt hätte... Ah, perfekt, guck mal. Kannst du ihn? Anspel rass uns doch nicht. Wunderschön. 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 Oh, Schlaflicht, das könnte eigentlich echt gut sein. Mittlere Chance auf Schlaf bei einem Gegner. Wenn man will, schwerer Feuerschaden. Machen wir das hier raus. Ich würde diese Schmutz versuchen. Tempomeister, automatisches Sukuya zu Beginn des Kampfes. Flut, was ist mit der los? Ruhig dich endlich. Ständig so aus der Haut zu fahren, verursachen uns nur Probleme. Sie sagt, wir hätten es gleich geschafft. Das Ende des Palasts scheint also ganz nah zu sein. Ich kann es fühlen. Das ist Auszeichnung im Herzen des Diebes. Oh Gott, springe nicht herunter. Bist du verrückt? Warte mal. Ach, hier kann man auch noch rüber springen. Nein, kann man nicht. Hä? What the fuck? Ich habe mich gerade echt überfragt. Was sollen wir jetzt tun? Achso, wir sollen nach unten, oder wie? Jetzt möchte ich mich ja gerade verarschen. Genau, da soll ich runter, oder wie? Hey, nein, kein Sinn. Hey, scheiße, wo geht es jetzt hier nochmal lang? Auf der anderen Seite, als ob wir es nicht eigentlich gerade verarschen. Ach, ist das doof. Bin ich umsonst runtergesprungen, weil ich dachte, hier muss ich ja lang. Weil wir irgendwas übersehen haben. Haben wir auch, aber wer weiß, Gott, wo. Hä, wo bin ich jetzt lang? Ich hasse mein Leben. Das Spiel will mich doch gerade echt trollen. Oh, hier kann man hoch. War so klar. Wir müssen ihn irgendwo einsetzen. Oh, ich bin so doof. Es tut mir leid. Das war meine eigene Doppelkasse. Wir haben ihn. Gehen wir her, bitte. Willst du mich verarschen? Ich war eine Sekunde da unten. Das ist natürlich auch nicht so schwächer. Also, der Wichser reflektiert das. Das ist natürlich auch nicht so schwächer. Oh, recuper. Oh. Grabe du dich. Ah, das ist wahr. Der Schoker ist elektrisch! Ich werde meine Persona benutzen! Kein Halt, Bart! Der Schöne ist verhöhnt! Keine, du bist so großartig! Okay. Der Schöne ist verhöhnt! Jetzt gehen wir nach vorne! Es ist irgendwo. Aber es ist natürlich jetzt ein riesen Umweg gemacht. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, wo wir langen müssen. Hatten wir das nicht schon mal? Du weißt schon, als wir Anubis hier wieder ansetzen mussten. Wir haben doch schon einen. Also warum labelt ihr dann so viel? Dieser Anblick treibt einen Tränen, das glückst du in die Augen. Mann, du bist echt schreck drauf. Ich kann es fühlen! Ich habe einen Schuss gefunden! Ich kann es fühlen! Was willst du tun, Joker? Wollen wir sie öffnen? Was ist denn sonst? Was ist denn sonst? Es ist irgendwo. Ja! Ja! Wozu fix sind wir? Ich habe langsam echt keine Ahnung mehr, was wir hier überhaupt machen. Ich habe einen Schuss gefunden. Ich habe einen Schuss gefunden. Was willst du tun, Joker? Ich hasse diesen Palast. Was ist das hier? Oh, was ist das? Oh, das stimmt. Auch. Und ich habe eine Sache, welchen Store hatibly Klu open? Ja! Alter, das war ja furchtbar, dieser Raum. Ja, ähm, na probieren wir es mal. Das muss auf jeden Fall so rum. Ne, das sieht nicht richtig aus. Das aber auch nicht. So schon gar nicht. Oh Gott, hilf mir. So, vielleicht. Oh Gott, hilf mir. Ich glaube, ihr kommt ihm langsam nahe. Was zum Fick. Oh Gott, hilf mir. Oh Gott, hilf mir. Ja, wir sind fertig. Okay, gut, Leute, wir sehen mal mit dem nächsten Part weiter bei Persona. Find vielleicht auch der letzte Part im Palast und ciao.